Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um das sogenannte Iterator Pattern, das ihr höchstwahrscheinlich sogar schon kennt. Und zwar jeder der schon mal irgendwie mit einer Liste gearbeitet hat, hat schon mal aus Versehen vielleicht auch nur einen Iterator in der Hand gehabt. So, ja wir haben auf der linken Seite dieses sogenannte Aggregate Interface. Das ist einfach nur ein Interface, in Java sind es die Listen, in den meisten anderen Sprachen sind es eigentlich auch die Listen. Und das ist einfach eine Sammlung von Objekten, ist egal was das jetzt für Objekte sind, das ist hier nicht festgelegt, aber es ist einfach eine Sammlung von Objekten, die noch haufenweise anderes Zeug macht und keinen Bock hat, sich auch noch darum zu kümmern, dass der Client das Richtige rausbekommt. Das heißt, dass er genau das Ente oder den Enten String rausbekommt. Dann haben wir natürlich eine konkrete Implementierung, das heißt nicht nur ein Interface, eine konkrete Implementierung von genau diesem Interface, das wir in der Hand haben. Und ja, das wäre dann hier zum einen mal der Aggregate One. Stellt euch da am besten einfach mal die Arraylist aus Java vor oder ja, normale Listen funktionieren natürlich auch. So, und jetzt ist es allerdings wichtig, dass man irgendwie durch diese Liste durchiterieren kann. Das heißt, man muss eine Vorschleife drauf ausführen können normalerweise. Und dafür gibt es das Iterator Interface auf der anderen Seite. Das heißt, wir haben hier ein Interface zur Verfügung, das von einem konkreten Iterator 1 hier implementiert wurde. Und dieser Iterator sagt uns einfach, okay, es gibt diese Funktion Next. Das heißt, der Iterator verwendet diese Liste oder diese Sammlung von Objekten, ist völlig egal, was es ist, muss keine geordnete Liste sein. Es kann auch eine Liste sein, die sich selbst immer sortiert. Es kann aber auch einfach nur irgendein Dictionary oder sonst irgendwas sein. Und ja, dieser Iterator hat eine Funktion, die liefert immer das nächste Objekt und ein Boolean, ob es ein nächstes Objekt überhaupt gibt. Und hier kann man natürlich auch wieder an das Null-Objekt vom letzten Video denken, aber das sei mal dahingestellt. So, und was jetzt hier im Endeffekt der Client macht, ist, der Client muss dieses Aggregate Interface anlegen. Das heißt, er muss natürlich irgendwie diese Liste mit Daten befüllen. Sonst, ja, das kann man einfach nicht, das kann die Liste nicht selbst machen, sonst wäre es ja keine sinnvolle Liste mehr. Und anschließend erstellt er sich einen Iterator hier über Create Iterator und kann dann darüber sozusagen immer schauen, gib mir das nächste und gib mir wieder das nächste und so weiter und so fort. Achtung, wenn wir hier das erste Element in der Hand haben, das heißt, ja, wenn wir das erste Mal Next aufrufen, dann wird dieser Iterator 1 weitergesetzt. Das heißt, wenn wir dann wieder Next aufrufen, wird uns nicht dasselbe Objekt wieder zurückgegeben, sondern es wird uns das zweite Objekt zurückgegeben. Also wir fangen bei 1 an mit Zellen offiziell, jetzt in dem Fall gerade, weil ich nur spreche. Ja, also Next beim ersten Aufruf das erste Element, beim zweiten Aufruf das zweite Element. Dazu muss man nichts an der Liste machen. Der Iterator hält sich einen Zustand intern. Das heißt, der macht das sozusagen alles für euch. Der merkt sich, ah, okay, ich bin jetzt gerade bei diesem Objekt und wenn ich Next aufrufe, dann gebe ich das Objekt zurück und gehe 1 weiter. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das bedenkt, denn es kann mal passieren, dass ihr vielleicht das erste Objekt haben wollt und dann nochmal das erste Objekt, aber es schon wieder weggeschmissen habt. Dann ist es wichtig, dass ihr einen neuen Iterator erstellen müsst, damit ihr nochmal das erste Objekt bekommt und den alten könnt ihr dann irgendwie löschen oder sowas. Ähm, denn ja, Next liefert uns nicht nur das richtige Objekt zurück, sondern es liefert uns auch noch, dass der Iterator seinen Zustand auf das nächste Element verschiebt, sozusagen. Okay, und das ist eigentlich auch schon das Iterator Pattern. Da würde ich euch wirklich ganz dringend mal empfehlen, in die Java Listen reinzugucken und im Endeffekt einfach mal dort zu schauen, wie das dort funktioniert. Da habt ihr schon das perfekte praktische Beispiel dafür, das ist einfach auch, ähm, ja, im Endeffekt genau der Punkt, wo man mit Iteratorn richtig viel machen kann und auch muss. Aber das funktioniert natürlich nicht nur mit Listen, sondern auch mit jedem anderen, ähm, mit jeder anderen Ansammlung von Objekten. Okay, und das war's auch schon wieder von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.